Ist das die Chance für die Märkte nochmal zu erholen? Also sich zu erholen natürlich, wir haben tatsächlich eine gewisse Chance zumindest mal, dass das was wir hier sehen aktuell dafür geeignet ist, einen Dreh zu initiieren. Nochmal ganz kurz die Vorgeschichte, dass wir das nochmal wissen. Steil nach oben, so weit so schön, wackelig nach unten, ebenfalls in Ordnung, auch für eine Größe, da würde ich jetzt noch gar nicht maulen. Wir erinnern uns, Rücksetzer so in die mittlere Zone, das ist völlig normal, wir sind leicht unten drunter gegangen, das würde ich aber nicht überbewerten. Alles noch safe, ein bisschen drunter, ein bisschen drüber ist ja immer safe, so weit so gut. Dann müsste es allerdings jetzt nach oben gehen, das hat es hier so halbwegs gemacht und möglichst wackelig nach unten. Darüber kann man streiten, ob das jetzt hier tatsächlich der Fall ist oder ist das nicht vielleicht doch ein Fünffäller hier? Aber immerhin können wir sehen, dass wir aktuell jetzt für die ganz Frischen, die am Nachmittag noch was suchen, zumindest mal eine Chance haben, dass wir so etwas hier bekommen. Und das ist, wenn das hier auf der Oberseite triggert, durchaus nochmal für eine Longseite durchaus wert. Aber, und da seht ihr schon die Krux, dann sind wir ja fünfwellig runter, dreiwellig hoch und wir haben nach wie vor die Chance nach unten. Es ist also längst nicht entschieden, für welche Richtung sich der Markt entscheidet. Und eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, spricht fast mehr für die Abwärtsseite. Also es ist wohl eher die Abwärtsseite, die noch ein bisschen am Ball bleibt. Und wenn die noch am Ball bleibt, wenn wir also tatsächlich sogar das, was wir hier vorne haben, nach dieser Korrektur, das ist ja auch hier so ein Dreiwelle, den wir hier bekommen haben, im Prinzip hier irgendwie sowas. Wenn das nochmal sich anschließt, ui, dann sind wir weit unter der 61er, sind wir sogar unter der 78er und sogar im Umfeld dieser Tiefmarke 14.350, ganz grob. Das ist das Tief, was wir Anfang Oktober noch hatten. Also, es sieht so aus, als ob wir tatsächlich diese Marke ernsthaft nochmal ansteuern. Es ist kein Versprechen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht sehr danach aus, als ob die Chancen dafür groß sind. Wenn euch das stören würde, wenn ihr sagt, das fände ich jetzt aber unangenehm für mich und meine Position, dann solltet ihr euch überlegen, spätestens wenn wir diese Zwischentiefs hier nochmal reißen, dann gegebenenfalls rauszugehen. Also, die oberen Zwischentiefs hier reißen, denn dann folgt mindestens ja nochmal diese Marke. Und wenn wir dann schon unterwegs sind auf dem Weg nach unten, gibt es einige, die sogar sagen, dann sehen wir auch diese Box nochmal. Also, wieder 38.50, 61.8 und so ganz grob 13.000 bis vielleicht sogar noch in die mittleren 10.000 oder sogar noch ein bisschen tiefer. Wäre dann nicht abwegig. Ob es so schlimm kommt, das lässt sich jetzt an der Bewegung hier natürlich überhaupt nicht erkennen. Bitte jetzt nicht im Panikmodus verfallen, aber wir dürfen auch nicht sagen, völlig abwegig. Das ist es zumindest mal nicht, wenn ich das Bild hier sehe. Also, damit müssen wir rechnen. Mehr Details auch für das Längerfristige werde ich sicherlich am Wochenende mal für euch vorbereiten. Das will ich jetzt nicht breittreten, auch für die anderen Indizes. Wir bleiben mal jetzt auf der kurzen Ebene, gehen wir mal auf den 5-Minuten-Chart, schauen uns das nochmal an, wie es hier aktuell aussieht. Es gibt zumindest vorläufig eine gewisse Chance, für heute nochmal einigermaßen heil rauszukommen. Recht steil nach oben. Wir hatten hier eine Korrektur, wir hatten hier eine Korrektur, anschließend nochmal den letzten Arm hoch. Das ist diese Fünffälligkeit. Dann haben wir hier etwas, was bisher dreiwellig aussieht. Übrigens für diejenigen, die ganz haarscharf gucken, schnell runter, ABC hoch und nochmal schnell runter. Das ist also in der kleineren Ebene genau das Gleiche. Und ein möglicher Trigger für die Long-Seite 15.543, zumindest wenn ich auf den Future gucke. Und wenn ihr kürzerfristig unterwegs seid, ist das hoch hier, das hatten wir 17 Uhr am 14. Januar. Also heute gerade eben wäre etwas, was auf jeden Fall geeignet wäre für einen Trigger auf der Long-Seite. Bis dahin ist es allerdings noch ein gutes Stück. Wenn das Ganze getriggert wird, wäre zumindest das hier in der Fortsetzung nochmal sehr typisch, sprich das nochmal. Ziele sind dann zwar auch begrenzt, aber zumindest mal vorläufig nochmal nach oben. Also vielleicht für die Aktiveren unter euch etwas im kurzfristigen Markt. Aber auch ein Anstieg bis dahin, haben wir ja festgestellt, ist nur ein Zwischenanstieg. Und nichts anderes als möglicherweise diese Bewegung, die wir hier haben, nämlich diese Korrektur hier, wäre dann quasi dieses ABC, was wir da haben. Also nur eine Zwischenkorrektur, das Ganze. Der DAX ist ja schon quasi im Wochenende, da passiert jetzt heute sicherlich nicht mehr viel, hat jetzt nun wirklich gezeigt, dass die Aufwärtsrichtung nicht aufrechterhalten werden konnte. Eigentlich war ich davon ausgegangen, wenn wir das haben, wenn wir das haben, sollte doch eigentlich das hier passieren. Und das ist mir wichtig, dass ihr das seht. Das passiert nicht immer. Das ist zwar typisch, das ist auch mehrheitlich so, aber eben nicht immer. Das heißt, wir als Händler müssen damit rechnen, dass wir nicht sagen, so, das ist jetzt immer so, damit kannst du rechnen, dass das ganz sicher passiert. Nein, aber die Chancen dafür sind relativ groß. Immerhin ist es ja nach oben gegangen, aber ihr seht den Unterschied. Also, wenn ihr seht, dass der Kurs so nach oben geht im Vergleich zu sowas, dann ist das schon mal eingeschränkt. Es ist eben nicht so dieses klare, deutliche Bild, so wie vorne, so da hinten, sondern wieder eher korrektiv anmutend. Und das macht diese gesamte Bewegung, die wir jetzt hier haben, also die Bewegung, die wir von hier runter, dann das hier, was wir hier haben, wieder doch eher nur dreiwillig. Also, wieder im Sinne von das ABC. Ja, dann müsste doch eigentlich das hier nochmal folgen, wenn wir das Zwischentief reißen. Und, oh je, das haben wir ja schon gerissen. Also, tatsächlich, auch der DAX ist in bester Chance, eigentlich nochmal einmal tiefer zu gehen. 15.600 ist da eigentlich nicht ganz so abwegig, wie es aussieht aktuell. So, die anderen wollen wir jetzt langfristig tatsächlich nicht angucken. Das gucken wir dann am Wochenende an. Da machen wir dann einen übergeordneten Blick. Ganz kurz aber ins Intraday-Geschehen jetzt hier beim Dow Jones beispielsweise. Wer den nochmal auf dem Plan hat, im Moment eher auf der Abwehrseite. Es gibt im Moment zumindest mal nichts wirklich Dramatisches, was für die Long-Seite spricht. Die deutlichere Seite ist abwärts, dann mal zwischendurch eine Pause. Kann durchaus sein, dass wir jetzt wieder mal eine Pause bekommen, wenn die wirklich korrektiv aussieht. Also, wieder irgendwie so sehr wackelig oder dreiwellig. Dann geht es auch locker nochmal tiefer. Wenn der Markt tatsächlich es schaffen sollte, hier jetzt mal eine Dynamik aufzubauen und dann nur wackelig runter. Naja gut, das wisst ihr inzwischen, wenn ihr das ein paar Mal hier verfolgt habt. Dann kommt zumindest das nochmal ein bisschen hoch. Und wir haben zumindest vor dem Wochenende mal so ein bisschen eine Erholung. Ideen aus diesem Chart, wir sind hier im Minutenchart, die tragen nicht notwendigerweise übers Wochenende. Das ist also typischerweise was, wo man sagen kann, komm, das mache ich nochmal bis zum Feierabend. Und dann aber abends schließe ich die Position. Denn ihr müsst ja immer mit einem Gap rechnen. Wenn ihr hier auf der ganz kleinen Ebene reinkommt und dann macht ihr ein blödes Gap, dann kann es teuer werden. Natürlich kann er auch ein gutes Gap machen, also sprich in die Richtung, die man sich das vorstellt. Als Händler ist unsere erste Aufgabe aber die Risikoabsicherung. Ich weiß, viele sagen, nee, die erste Aufgabe ist Gewinne zu machen. Da habe ich einen Spruch, der heißt nichts anderes als Gewinne sind ein Abfallprodukt eines guten Risikomanagements. Das ist das, was nachher rauskommt, wenn man halt nicht so viele Verluste mehr macht oder keine schlimmen Verluste. Und da seht ihr auch die Wortwahl. Wir sind als Händler nicht in der Lage, wirklich konsistent immer nur ein Gewinn nach dem anderen zu machen. So von wegen, ah, wenn ich schlau genug bin, wenn ich genug weiß, wenn ich dieses oder jenes Buch, jenes Geheimrezept oder sonst irgendwelchen wichtigen Tipp beherzige, mache ich immer alles richtig. Nein, das ist nicht die Aufgabe eines Händlers. Es wäre schön, wenn das ginge, aber Wahrsager sind wir alle nicht. Wir müssen einfach damit leben, dass wir vielleicht nur in der Hälfte der Aussagen richtig liegen. Allerdings bei der Hälfte dann eben auch ein bisschen mehr verdienen als auf der Verlustzeit. Und dafür hilft uns eben, dass wir das ungefähr einschätzen können, wie lange solche Bewegungen sind. Und ob wir Anschlussbewegungen erwarten können, dann können wir nämlich relativ eng die Stops setzen im Verhältnis zu der Laufweite, die wir dann noch als Potenzial eben haben. Aber genau dieses Verhältnis geht natürlich nicht gut, wenn wir über das Wochenende dann Positionen halten. Deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig. Gucken wir ganz kurz abschließend noch auf dem S&P. Ebenfalls natürlich im nachmittagsbedingten Kurzfrist-Chart. Und dann sehen wir, dass wir hier auch so die letzten Richtungen eher nach unten hatten. Hier ist es auch wackelig hoch, Fortsetzung nach unten. Hier gab es jetzt mal eine scharfe Aufwärtsbewegung. Auch wenn der sehr weit runter ist, das kann ich mir schon vorstellen, wäre analog zum Nasdaq, zu der Überlegung, die wir haben. Allerdings der Trigger ist angesichts dieses Tiefentiefs nicht so attraktiv. Das heißt, wenn ich wählen müsste, machen wir eine Position, S&P oder Nasdaq, dann würde ich wohl den Nasdaq bevorzugen, weil da die Verhältnisse, die Größenverhältnisse vom CRV, also vom Chance-Risiko-Verhältnis, einfach besser sind. So, also, dementsprechend mal das kurzfristige Update. Ich habe es versprochen, am Wochenende gibt es wieder den Überblick, diesmal dann auf die Indizes im Längerfristigen. Deshalb machen wir das jetzt nicht. Das würde sonst zu lange gehen und da freuen wir uns dann drauf, wenn wir nächste Woche vielleicht dann direkt loslegen können. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.